Musik Sei dabei! Weihnachten 2011 im ICF München. Fünf Wochen, fünf Special. Am 1. Advent eine kreative Auftakt-Celebration in die Weihnachtszeit mit Tanz- und multimedialen Elementen. Am 2. Advent eine Celebration mit Gospel-Konzert, der Sunlight Gospel Corps. Am 3. Advent das ICF Zürich zu Gast. Eine Celebration mit ihrem brandneuen Musical, California King. Am 4. Advent eine multimediale und multikreative Celebration, die von vier persönlichen Geschichten mit Jesus erzählen. Und erstmalig am Heiligabend, eine Celebration für die ganze Familie. Mein Highlight in der Weihnachtszeit ist immer der 24. Dezember, der Heilige Abend. Und ich freue mich ganz besonders darauf, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal in der Geschichte vom ICF München eine Weihnachts-Celebration am 24. Dezember anbieten können. Egal ob alt oder jung, Oma, Opa, Onkel, Tante, Nachbar, Nachbarin oder Enkelkind, ist es für dich und all deiner Lieberinnen die ideale Möglichkeit, feierlich festlich an diesen Weihnachtsabend durchzustarten. Wir freuen uns als ganze Familie sehr auf diesen Abend gemeinsam mit dir. Reserviere jetzt dein Ticket für die Adventssonntage unter ticket.icf-münchen.de Sonntags im Herzen der Stadt. Neuraum an der Hackerbrücke.